Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Dark Souls Let's Play. Wie ihr seht, handelt es sich hierbei um die Prepare to Die Edition. Diese ist neuerdings für den PC erschienen und wartet unter anderem mit neuen Bossen, neuen Items und noch einigen anderen Zeugs auf. Das weiß ich aber nicht, was es sonst noch ist. Vielleicht finden wir es raus. Ihr seht, Spielladen. Ich habe die Version schon ein bisschen angezockt, aber bis Level 20 oder so bin ich gekommen. Dementsprechend kenne ich eigentlich kaum Content des Spiels und werde wahrscheinlich noch einige Male sterben. Und das höchstwahrscheinlich auch laut sprach bemerkbar machen, wenn es denn nicht so läuft wie ich es will. Ja, nachheben wir uns mal schnell hier in Typik. Frisur, Pferdeschwanz, ja Pferdeschwanz vielleicht auch noch woanders. Ja, gut hier, dunkelrot. Also jetzt sehen wir doch wie ein waschechter Wikinger aus, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wunderbar. Also eigentlich würde ich den Heimatdinger taufen, ja, aber gut. Jetzt bin ich zu faul, das einzutippen. So, hiermit entlasse ich euch ins Intro. Wenn ihr das nicht sehen wollt, es schon kennt oder was weiß ich für ein Grund ist, könnt ihr zum nächsten Part switchen. Dort nehme ich das Spiel in dann wieder auf. In diesem Sinne, viel Spaß und bis dann. In the Age of Ancients The world was unformed Shrouded by fog A land of grey crags Archtrees The world was unformed And everlasting dragons But then there was fire And with fire Came disparity Heat Heat And cold Life And death And of course Light And dark Then from the dark They came And found the souls of lords Within the flame Nito The first of the day The witch of Izalith And her daughters of chaos Gwyn The lord of sunlight And his faithful nights And the furtive pygmy So easily forgotten With the strength of lords With the strength of lords They challenged the dragons Gwyn's mighty gods Pulled apart their stone skins Witches ruled grapefire stores And the dragons Unleashed a hyasth Death and disease And Seath The scales Betrayed his end And the dragons Were no more Das beginnt die Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless lights. And amongst the living are seen, carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark side brands the undead. And in this land... The undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Yet... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020